Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute habe ich ein Unboxing von einer Apothekenbox, die ich bei der lieben Shikita Splace gewonnen habe. Und das gab es diesen Monat auf der Homepage von diesem Medikament per Klickbox. Und ich habe das bloß nicht verpasst, weil das war sehr schnell ausverkauft. Und ja, und ich freue mich jetzt mit euch das zusammen auszupacken. Ich weiß es noch nicht ganz, was drin ist. Und ja, und an dich liebe Nicole, Dankeschön nochmal für alles. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinen Videos. Sie hat mir auch so eine Karte, aber das werde ich nicht vorlesen, mitgeschickt. Und jetzt die schöne Box. Ich werde versuchen, euch die Preise einzublenden. Ich glaube, der normal kostet der 18 Euro, aber der Warenwert ist mehr. Und ja, so schön mit diesen Rosen. Ich wollte das so gerne haben und dann habe ich gewonnen. Oh, habe ich mich so gefreut. So, einmal mit diesem schönen schwarzen Sandpapier. Und das ist das Logo von den Apotheken. Und jetzt machen wir das gute Stück auf, meine Entschuldigung. Ich bin so aufgeregt. Alles kaputt, ne? Moment. Ja, super. Alles kaputt. So, so konnte alles runterfallen und so. Da gibt es noch wie ein paar Werbung, Flyer und so. Also, Hinhalt, 82,35 ist der Hinhalt, Warenwert. Ja, und das ist der Box, den Flyer dazu. Dann gibt es hier noch von Spitzner, habe ich noch ein Duschgel da. Die hatte ich mal bei einer auch von einer Box. Ich glaube, Mainzbox.de habe ich gewonnen. Auch bei Instagram und die habe ich noch da daheim, diese Duschschaum. So, jetzt, ja genau, so sieht der gute Box aus. Ich freue mich und da fällt schon alles raus. Ja, wir haben hier von Lavera, Anti-Falten-Maske, Anti-Aging-Maske, genau. Basis-Sensitive Bio von Lavera. Ich glaube, die gibt es bei dem oder so. Ja. Dann, was haben wir hier Schönes? Von Sukin, Australian Natural, ein Detoxing Facial Shrub. Ein Peeling fürs Gesicht. Natural to Dry Skin Tips. Von trocken bis, normal bis trockener Haut. Ja, so eine kleine Tübchen. Dann, was haben wir da noch? Handcreme von Biana. Rein, natürlich und wertvoll. Premium Naturkosmetik mit Trauben, Kernöl. Fühlt sich sehr rau an, der Verpackung. Aber ist immer gut, ne? Weil Handcreme kann man nie genug haben. Und ich freue mich. Ja. So, weiter geht's. Da freue ich mich schon. Ich sehe was, da kann ich das mit in den Urlaub nehmen. Einmal von SOS, Dezifizierungstücher, Hände und Flächen. Ideal für unterwegs. Genau. Genau richtig für mich. Für die Reise nächsten Monat. Ja. Oder diesen Monat. Ich weiß nicht, ob ich das vor... Wir haben jetzt Ende... Ich meine, wir haben heute der 26. Mal schauen, ob ich das vor Juli hochlade oder nicht. Aber bestimmt. Und ja, ich freue mich. Da sind 10 Stück drin. Für den Flugzeug ist es gut, sowas zu haben. So. Jetzt ein weiteres Produkt von La Meermen Marine Care. Body und Haar und Herr Duschgele. Genau. Ja, ist immer gut. Auch für den Mann, was mit dabei zu haben. Kann vielleicht er mitnehmen zum Verreisen. Mal schauen. Dann haben wir hier was Großeres. Und zwar von Oibus. Sensitive Haut. Sensitive Shower Mousse. Limited Edition. Ja, von Oibus Made. Wie gesagt. Seidig, weiche und milde Reinigung mit Thermalwasser, Panthenol, Jojoba Oil und Wissenschaum Krautöl. Was das ist, weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber sieht sehr schön aus mit der Blume da. Ja. Ich freue mich. So, wir haben hier noch ein paar Produkte drin. Ich schwitze schon. Wir haben heute über 23 Grad. Und ja. Von Nahrungsergänzungsmitteln Sunlove. Vitamin E. Für Stress, ja. Schluck Tabletten. 60 Stück. Die Marke heißt Marin irgendwas. Marie Claire. Okay. Marie Claire. Ist immer gut. Vitamin E. Ist immer gut. Kann ich euch mal zeigen. Sind solche Kapseln. Nicht so groß, nicht so klein. Ja. Passt. So. Ich freue mich, die zu benutzen. Alles, was drin war. Drin ist noch. Dann einmal Einhorn Zauber Duschschaum für zahlte Kinderhaut. Auch von Spitzner. Oh, die haben auch was für Kinder. Wusste ich gar nicht. Von Spitzner. Kann ich. Ja, steht auch hier drin. Spezial für empfindsame Kinderhaut. Dank pflanzlichen Hinhaltsstoffen. Steht hier noch. Das ist dieser Schaum. Und das ist 75. Ja, drin. Hier ist ein Gutschein von 5 Euro Rabatt. Wenn wir bei Spitzner. Bis Ende. Bei Bestellwert von 15 Euro. Bis Ende. Jo, vor Oktober. Ja. Ist immer gut, ne? So was. Duschgel braucht man immer. Weil waschen muss man sich dann. Ne? Das ganze Jahr über. Ja. Dann gibt es hier drei kleine Verpackungen. So Proben. Probengröße. Letty Balm. Repair. Balsamo. Für den Körper, glaube ich. Kann ich vielleicht mitnehmen. Wenn wir verreisen oder so. Mal schauen. Ich zeige euch mal. Sehr klein, ja. Nehme ich bestimmt mit. Nur diese. Keine Verpackung. Sehr schön. So klein. Goldig. Das ist 75 Milliliter. Genau. Sehr klein, aber fein. Ja. Immer gut. Dann von Veleda. Mattierendes Fluid. Ja. Ist auch gut. Vor dem Make-up auftragen. Da von Veleda sowieso. Weil das Naturkosmetik ist. Oder? Ja. Bekämpft Unheilheiten. Deutsch schwer. Reduziert Hautglanz. Beruhigt die Haut. Ja. Deutsch schwer. Dann hier von Louise Wittmer. Ein Sonnenschutz mit 50 Plus. Auch eine kleine Größe. Genau. Hier Geschenk steht hier noch. Eine Woodie sozusagen. Ja. Und passt genau für meine Reise. Wir wissen nicht, weil am Strand, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin ja mit 12 nach Deutschland gekommen. Aber jetzt, das interessiert bestimmt keinen. Aber ich wollte nur kurz was sagen. Und zwar am Strand, wo wir immer waren. Und seit ich denken kann. Man darf nicht so viel. Es gibt ein Limit, wie viele Personen am Strand sein können. Und wir wissen nicht genau, ob wir zum Strand können. Aber trotzdem benutze ich so das total gerne. Und ja, all day. Auch wenn wir nicht zum Strand oder so spazieren. Oder so, weil es sehr heiß ist bei uns. Momentan über 30 Grad, sagt meine Mama. Ja. So, da gibt es noch zwei Produkte in der Box. Und dann sind wir auch durch. Einmal von Seba Meat. Bei Hundreiner Haut, pH Wert 5,5. Bei Fettiger und Hundreiner Haut. Spendet der Haut viel Feuchtigkeit. Glättet die Haut. Metalluron, Komplex. Medizin, Hautpflege. Ja. So was kann ich auch immer gebrauchen. Weil, ja. Wer nicht, ne? Aber der, vielleicht kann ich das nicht mitnehmen. Weil ich habe auch andere Proben zu mitnehmen. Und ja, Zahnpast und so. Und man darf eigentlich nur 150, ne? Verschiedene, aber mehr als 150 nicht mitnehmen. Zum Verreisen. Aber mal schauen. Pflegegel. Riecht sehr, ja. Sehr, natürlich. Sehr Naturkosmetik eben. Ja. Ist bestimmt gut, ne? Ja. Und zum Schluss habe ich hier noch von, ähm. Moment. Von Oibos Meat. Und noch ein Oloron Serum. Konzentrierte Spezialpflege. Oloron. Ich kann da nie aussprechen. Werde ich nie lernen. Sarsqualan Vitamin Komplex plus Magnolien extra glättet und beruhigt gestresste Haut. Okay. Von Oibos Meat. Ja. Ist immer gut, ne? Pflege ist immer gut für die Haut. Oh, schön. So eine Serum. Eben. Ja. Ja, eine Pumpflasche. Aber vielleicht nehme ich den mit. Das ist nur 30 Milliliter. Und bei, äh, bei dem Seba mit war 50. Vielleicht nehme ich das mit zum, in den Urlaub. Da freue ich mich. Ja. Ja, meine Lieben. Das Box ist leer. Ja. Das Box ist leer. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem Video. Lässt mir gerne Kommentare da. Oder Feedback. Oder sogar ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Und ja. Ich würde sagen, habt noch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns demnächst. Hoffe ich. Tschüss. Macht's alle gut. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020